Prozent also der Wart ich muss hier den nächsten setzen auf die platte da drüben kommst du nicht hin ab mal da rein auf die rückseite von dem ganzen nachdem ich gerade wohin sollten da gehen genau jetzt jetzt nein ja das das passt schon er was er passiert ganz du musst hier rüber ok geh in den sprungkatapult ach stimmt genau ähm ja ich bin hier oben komm ich jetzt da rüber um gibt es hier irgendwas nein 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 du kannst da ja rein wieder wo du da bist ja also stimmt ich kann durchs portal das ist gerade zurückkomme ich doch nicht hier und hier oder dort hinten wird ja erstmal weil du drüben kannst denn nirgends wollen gut also soll ich ja warte mal ich hab was da schon gesetzt zack ah und jetzt kann ich ähm hier machen und dann da durch gibt es da was spannendes drin ähm zwei portale kann ich setzen kommst du da wieder raus ohne mich nein aber es bringt doch nichts was kannst du da drin sinnvolles machen wir portale setzen also es ist nur ne weiße Wand oder wie zwei weiße Wände sind einmal eine gerade und einmal eine schräge also ich kann hier einfach Tabulator machen und sehe ich was du siehst zack und zack so einfach ja das heißt man könnte von da drüben hier hin fliegen von hier wieder raus das wär was da ist jetzt äh du musst irgendwie unser er wolle sei hier runter gehen ist denn also es ist du wo geht denn hier das Portal okay wir müssen nochmal anfangen ahm bitte was falsch ja da muss mich rauslassen ja komm raus ich soll noch mal überlegen wir brauchen da oben den Block ja okay ich hab jetzt hab ich's perfekt jetzt hab ich's verstanden also du musst dann von hier aus die Portale setzen obwohl wir müssen dann also beide hier hin ja ich kann von hier die Portale nicht setzen weil hier halt ne Wand also ne Dings ist genau von hier aus aber ja egal ähm ich 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 tue mal setzen ich koordiniere einfach mal mein Team ich koordiniere einfach mal mein Team ich koordiniere einfach mal mein Team beide in der Sprungkatapult bis vor komm nach so jetzt setzt du dort drüben deine zwei Portale kann ich ja nicht setzen weil ja die Wand ist achso durch die Wand kann man nicht Portale schießen aber wir müssten ja von hier okay dann bleib du hier oben ich weiß was ihr müsst unten durchs Katapult hier rein von hier dann dort rein der dort muss dort zwei Portale machen genau geh du mal unten zum Springportal und spring mal da durch raus so jetzt setzt du drüben zwei Portale ja okay das bringt ja auch nix gell genau das mach ich ja ja weil wir wir kommen nochmal raus jetzt wir machen das ja komplett verkehrt ja ja eigentlich muss man ja erstmal zu den Würfeln überhaupt kommen ja das wird doch keine Kunst sein jetzt hast du gemacht oder ich naja du tada wirst du das Portal umsetzen aber jetzt muss dir jemand mit Portal dort also ne warten du geh rauf nimm Portal und geh du rauf und dann gebe ich ihn da oben rauf wo Portal dort auf der Schräge ich kann jetzt nur nicht ziehen glaube ich da doch genau und oben springen breit so jetzt nimmst du den Bübel ab nein warte ähm falsche äh äh ich bin grad so ich bin gleich verletzt gewesen so jetzt geh ich schon mal oben rein na komm achso äh ach okay mühefl oben lassen ja hat den jetzt aber mitgenommen da mal ein Probenpreis ja 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 da tut ja wohl respawn du hättest umbleiben sollen wo gehst du jetzt runter ja um wieder hoch zu gehen hm ich bin echt schnau so den lass mal hier liegen so kann ich mich nicht kaputt gehen okay dann kannst du schon wieder runter kommen du kommst aber ja jetzt nicht mehr raus passt schon warum ist jetzt wieder zu ja weil ich von der Platte runter geh ja du sollst ja müheflach die Platte legen achso bitte wir brauchen den die scheiß Platte denn jetzt wir brauchen nur den scheiß Zwerfel so genau da und sprung breit ja und jetzt kannst du neues Portal setzen genau schauen wie das geht wisst ihr wie er nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänzer aufführt Menschen und genau so seht ihr gerade aus in euch steckt mehr hab ich schon mal gesagt dass wir eigentlich so tämlich sind ja wir brauchen doch keinen Würfel ja ich habe ja wohl gedacht dass du den oben rauf legst aber kann ja wohl auf die Idee ja mein Würfel ist ja der andere mit dem Laser statt der anders aus nein darum ging es ja nicht das würde ich irgendwie noch hinten brauchen oder stand da eigentlich nix das als dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist denkt daran niemand ist von Anfang an perfekt selbst ich hatte einen Mantel man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid aber ich habe mein Handicap überwunden das meine ich ernst es sieht nach viel Leid aus also ähm ja man hat erstmal begutachten was hier ist was er sagt ja und eine Wand in rechts und links gibt es wirklich ja was müssen wir überhaupt die müssen ja hier durchgehen oder einer muss hier durch ich immer durch nun mal auf die Platte da hat er bringt uns was es geht also da muss er wird das ist das ein Würfelding wo es aber auch irgendwie den Würfel da kommt da oben raus wahrscheinlich oder erwähnt ja wenn wir warte ich habe keine Linie ausbringt das ist immer der alte Maße der Linie und dahin geht eigentlich was ist da oben ah Sprungbrett oh so keine Ahnung was ich hier mache warte mal ich flieg jetzt hier und dann ist das der ja du uah was ganz einfach wir brauchen keinen Würfel warte na komm jetzt hab ich wohl hier ich weiß nicht wohin ich muss ja da hinten hin nochmal ja das glaube ich das schaffst du einfach nicht doch